Das derzeit größte Containerschiff der Welt hat auf seiner Jungfernfahrt im Hamburger Hafen festgemacht. Die CSCL Globe ist 400 Meter lang und fast 60 Meter breit. Sie kann mehr als 19.000 Container transportieren und soll zwischen Asien und Europa eingesetzt werden. Nach Hamburg kam der Meeresgigant nur halb beladen, das Schiff hätte für die Elbe sonst so viel Tiefgang.